Nicht lecker, ich schmecke überhaupt nicht. Und den Washi, der ist lecker. Der ist noch zart. Wow. So ist das Power Megafone. Und das dann noch mit einer Batterie. Wo ist jetzt der Washi hin? Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt irgendwie... Ja, zurück. Zu Annie. Gucken wir da am besten hin. Was denn? Geil mich nicht mehr weg. Wir können so einen LKW fahren. Weil manche Autos sind ja echt übelst groß. Hm. Sieht irgendwie nicht richtig aus, ne? Ja, genau. Spring drauf anstatt rein. Ah! Willst du dich mit, Mashi? Na, Annie. Na, Annie. Wir fahren zu Annie, kein Skywalker. Annie, Skywalker. Oh, Gott. Oh, wir sind zu früh in die Kurve gegangen. Unter! Wir kommen ja dann am besten jetzt da hin. Ist ja irgendwie alles gesperrt. Na, ich glaube, hier vorne. Nee, hier können wir weiter vorne. Okay. Na, hier geht's nicht weiter. Okay. Der Zombie muss Klebehände haben, Alter. Das ist beider Zombie. Kriegst du gar nicht abgeschüttelt. Yeah! Wow, der fährt immer noch mit dem Auto. Der fährt schon mit einem anderen Auto. Wie bist du denn in ein anderes Auto gekommen? Ich muss aussteigen. Euer Autoplatts. Wow. Hast du gesehen? Wie viel Power das Megafone hat. Du bist so ein Arsch, ey. Wieso bist du... Wann bist du umgestiegen? Bei die Böller. Warum? Weil ich dachte, es geht schneller. Wow, ich war genauso schnell wie du. Im Endeffekt... Ja. Annie, mein Schatz. Ich bin zuerst da. Ich bin zuerst da. Wer zuerst ist, darf zuerst rauf. Annie ist hinter uns. Ich bin aus der Puste. Will du das Lauren haben? Aha! Alter, du bist mehr geskillt. Das ist unfair. Cheetah. Cheetah an die Wand. Lieste, ich bin der Erste. Kein Zombie. Trotzdem. Du hast es geschafft. Toll. Danke. Hör zu. Du und Red, ich meine... Seid ihr... Ja, die Bumsen. Ich habe ein Notsignal von Angel erhalten. Oh, du hast es geschafft? Tu nicht. Nach dem Motto, ja, du hast es geschafft. Angel sagt, es gibt eine Computeraufnahme von den Angriffen auf Zivilisten beim Polizeirevier. Stand von den Sicherheitskameras. Damit kriegen wir sie, wenn wir hier rauskommen. Aber zuerst müssen wir Angel holen. Sie glaubt, sie kennen ihre Position. Ich könnte zum Polizeirevier. Wenn ich nur die Infos aus dem Computer holen soll. Schaffst du das, Nick? Nein. Ja, ich mache das. Nein, sag nein. Oh, du bist ein Idiot. Du bist ein Auto im ersten Stock eines Hotels in Central City. Du gehst zum Polizeirevier und ziehst das durch. Dann treffen wir uns hier. Verstanden? Ei, ei, mein Käpt'n. Du bist okay, Nick. Du bist in Ordnung. Komm schon, Annie. Wir müssen zu Angel. Willst du einen richtigen Hasen sehen? Ich will zum mein verlängerten Ring. Ich muss mich jetzt mal neu einkleiden. Das sieht ein wenig... Banane aus, langsam, wie ich rumlaufe. Wow. Wir sind hier zu Gast und treten die Tür ein. Ich mach schon. Okay, dann lad ich dich nie ein. Bin zu gefährlich. Meine armen Türen. Ich mag meine Türen. Ich habe meine Steko, Stabwaffen, Stoßwaffen, Wurfwaffen, Kombis. Super Kombis. Ich habe einen Feuerschnitter. Zwei Feuerschwärser. Damit bin ich erstmal gut bedient. Das brauche ich nur noch was zum Anziehen. Du wirst ja gleich ja schon nach Tester. Ich bin auf meinen Finger. Das sieht gut aus. Nicht gut. In den Arm. Teilweise Vorschläge. Jetzt kommen die Nebenaufgaben wieder. Boah, beim Bustepot in Almuda ist ein Typ, der wegen irgendwelchen Schmuck rumheult. Nimm Taschentücher mit. Boah, ja, ja. In Taschentücher mitnehmen. Der kann meine Klamotten vollheulen. Die sind echt zum Kotzen. Da kommt bestimmt gleich wieder das Telefon. Geh doch mal aufs Scheißhaus. Oh, sehr gut. Willst du es? Fühlen Sie es, Mr. Krabs. Fühlen Sie es, Mr. Krabs. Alter, was machst du denn da? Ich habe mir noch eine Waffe gecraftet. Ich lage gerade so rum. Gleich. Scheiße. Scheiße. Wo ist der Typ? Die Nebenaufgabe ist ganz woanders als die Hauptaufgabe. Was denn? Das Auto hat es nicht überdeckt. Wir sehen uns am Ziel und... Wir sehen uns am Ziel und... Ich lage mich. Ach komm. Mann. 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 Mann, oh Mann. Was warst du da? Au. 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 Au, au, au. Lass mich arzt. Ich lass dich durch. Du bist arzt. Du bist arzt. Oh, ey. Du bist arzt. Du bist arzt. Du bist arzt. Du bist arzt. Da ist er. Lass los. Du bist arzt. Endlich Ruhe. Wau. Endlich Ruhe. Ich muss letztens weg. Ah! Komm schon nicht den Finger! Nimm das Schwert! Ach du mit deinem Finger! Nicht-Empfänger hat uns das Schwert So, was ist das hier für ein Shop? Ist das hier für ein Tattoo-Shop? Oder ein Friseurladen? Ist das hier eine Justin Bieber-Frisur? Oh nein Das lief nicht so toll Ah, wie geil Oh, das ist die Polizei-Butze Durch die Tür Warte auf anderen Spiegel Ich bin auf dem Weg 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 Ach das, wow, das ist zu viel da unten. Wie ne geile Frise und Stoma. Ich verwahre den in einem sicheren Ort. Wir brauchen sicher keine Beweise unserer Rettung. Bitte! Hilfe! Stopp! Bitte Hilfe, meine Frau! Ist noch jemand bei Ihnen? Nein, nein, nein. Sie ist verletzt. Oh. Sperr alles ab. Bitte. Nein, 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 nein. Sie war nicht infiziert. Oh nein. Oh. Oh. Was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Man nennt es nicht am lieb, den kleinen Tod. Oh. Oh. Stopp! Wow. Jetzt fehlt noch der Rock. Wow, der darf die Brüste anfassen. Wow. Mal sehen, ob er den Test standhält oder am Ende davon humpelt. Was? Kursiken, Hänge, Titten oder was? Kursiken, Hänge, Titten oder was? Kursiken, Hänge, Titten oder was? Los, los, los! Wow, ich stehe auch nur auf Gruppensex. Hm. Warte, lass mal eine Zöpfchen in Ruhe. Da drüben! Angreif! Erreicht! Oh, hier liegt ne LMG und ne Schild und nehm nicht das Schild. Wow, was war das denn? Komm her, ich krieg dich. Wow, was machst du? Pass auf, da kommt der Finger. Mit dem Finger erledigt. Okay, Folge Hilde. Bilde Hilde. Die wilde Hilde. Hildi speziell. Sturmgewehr. Was hab ich für Zeug? Was für Zeug? Na ja... Sei dumm. Armee Stiefel. Schöne Scheiße. Das ist enttäuschend. So? Wow. Oh, diese Haare. Nett. Das ist meine sehr feminine Seite. Taktische Hose. Taktische Hose. Taktische Hose. Guck mal, ist da doch nicht mehr ganz so schlimm. Haben taktischen Helm auf. Aber wo ist die taktische Weste? Die müsste dann eigentlich auch hier sein. Naja, dann kann man spät. Hier hinten. Und taktische Stiefel? Auf dem Tisch? Ah nein, gibt's nicht. Das sind die normalen Stiefel. Na egal. Toll. Ach, das ist hier dein. Oh. Meine Megafall. Oh. Splendgranate und ein Bagel. Da kommen wir noch nie rein. Da ist ein Schlüsselpfiff. Den kriegen wir viel, viel später. Oh. Dicki. Alter. Ja, dick doch. Nimm, Herr Reich. Ah. Pressen, essen, 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 essen. Alter, was war das denn? Das war eine Sprengladung. Muss ich wieder was essen. Oh. Wo ist Hildi? Hildi. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Euxen. Oh, ja... So, was ich 맞아요? Yeah, alle erledigt Was haben wir jetzt hier Tolles? Das ist ein Bagel, wenn du einen brauchst Ja, ich hab Dann gehen wir weiter nach oben Das tut vielleicht immer weh Was tut weh? Arsch tritt Seitdem wir dir noch rumrollen, ne? Alter Schwede Ist da zufällig eine Schrotflinte rum? Ne, unten lag doch eine Was ist das denn? Sexy-Polizei-Shirt Ziemlich gut Bescheid, wenn wir weiter können Wo ist nun der Waschi hin? Der kleine Waschi Der kleine Waschi Oh, jetzt kommt wieder eine geile Katze Der Schnurrball Warum hat sie denn jetzt die Knarre herausgezogen? Das würde ich gar nicht wissen Das endet jetzt! Oh 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 Hilly du kleines Miststück Wow, wo ist denn die Waffe her? Alter, wo ist denn die her? Die haben ich aus meinem Spind. Das ist ein Cheatmenü. Wow, ich brauche ja gar nichts machen. Die ist noch nicht tot. Aufgeschlitzt, Schlampe. Der muss aber echt tief eingedrungen sein, ey. Er kam ja gar nicht mehr raus. Ach, sie tot geht. BLEEP! Oh. Hallo Trevor. Hallo. Willkommen, ich rette. Entschuldigung. Das Gehen soll ich weggebankt. Bang, bang. Ich sag Bang, 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 Bang. Wir können aber auch mal einen Feierabend machen. Wir verstehen, wo wir speichern können. Oh, ich schaffe mir die Aufgabe auch noch. Ach, sie ist schon tot. Wie hast du tot gebankt? Oh, da liegt ein Bauplan. Messerhandschuhe. Gehen wir mal hier hoch. Oh, ein Schweuer wird so hoch. Nee, da geht's nicht lang. Oh, wie geht's hier lang? Ja. Wow, wir waren doch gerade oben. Ich find's nur. Hm. Sie war schon tot, als wir kamen. Glaubst du noch immer, dass die Regierung uns retten will, Nick? Ich hab es selbst gesehen. Die Frau ist im Fernsehen. Hemlocks Sicherheitschefin hat Überlebende umgebracht. Warum? Sie werden ihre Strafe erhalten, wenn es rauskommt und die Leute das sehen. Gerecht. Gerechtigkeit bringt uns Angel nicht zurück. Die bringt keinen von uns zurück. Manchmal weiß ich nicht, warum wir überhaupt kämpfen. Deshalb. Sieh sie dir an, Red. Sie hat zur Familie gehört. Wir kämpfen für die Familie. Tut mir leid wegen Vorhin. Es ist wirklich schwer zu sagen, wie man trauen kann. Ich treff mich mit meinen Kontakten. Ich besorg dir das Benzin. Also nicht dem Bad kann man nicht trauen, du. Und dann kriegst du von mir das Benzin und wir kommen alle raus aus diesem Höllenloch. Das ist der Bart des Vertrauens. Bis später, Mann. In dieser Hose würde ich ihm auch mein Geld anvertrauen. Hahahaha. Dieser leere Blick. Ein sportlicher Kopf halt. Das Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Wenn wir möchten, können wir es hier jetzt beenden. Bei mir ist es egal. Wir spielen doch jetzt schon seit 6 Stunden. Ich richte mich da nach dir. Ja, es ist 9 Uhr. Komm, wir machen Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen bisher. Wir machen dann bestimmt die nächste weiter. Weil das ist voll der Hammer. Deil. Oder? Ja. Ja, würde ich sagen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tödlö. Tschüss. 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 Tschüss.